Ich bin noch nicht draufgegangen, das ist ja das. Legst du echt drauf an, oder? Danni ist ein kleiner Marsorist. Springt so oft vom Turm, bis es knallt. Ha, sehr gut. Das hat geklappt. Brauche ich da noch einen ran? Ne, der war doof. Aber es kann sein, dass wir tatsächlich doch wieder Bäume fällen müssen. Weil die Birgendinger sind komplett wieder gewachsen. Ja, der ist eh unkaputtbar. Oder alle. Die aus der Assassin's Creed rein. Die sind alle unkaputtbar. Ich habe mich bei der einen Mission immer gewundert, wo dieses scheiß Schiff ist. Irgendwann habe ich dann mal rausgefunden, dass es ein Bug ist und das Schiff bei mir in der Luft schwebt. Und dann schwebt das Schiff in der Luft. Und dann schwebt das Schiff in der Luft. Und dann schwebt das Schiff in der Luft. Okay. Da bleibt noch. Noch ein paar Stufen. Wann ist hier offen? ich habe es kaputt gemacht das zum skelett auf der schmiede ich glaube ich spinne jetzt bekomme ich die wertvollen knochen nicht auf der schmiede gestorben der aufkommen so muss man 40 weiß noch mehr mit dazu wieder guckst du war naja das kannst du nicht ich bin sicher hier kommt niemand rein ich bin ja kannst du dir mal wieder hochwerpen mir ist meine treppenstufe runtergefallen der körper guckt so doof hier hoch so das sind zwei vier sechs acht zehn zwölf vierzehn sechzehn achtzehn stück noch wieder tag eine überstunde ansammeln da war schon drei tage durch der war blöd er hätte bleiben können so das gibt immer acht also muss man drei rein komm herr skeleton ich mach dich kaputt ja jetzt so gedacht solchen körper mal töten der dichter terrorisiert oder hast du deine stufe schon wieder machen nö die liegt immer noch unten hinter dem turm versteckt brauchst du die stufe denn brauche ich auf jeden fall nachher noch aber auf einem stück kommt auch nicht an ich brauche sowieso dann noch zehn weitere oder 20 weiter zu tun na gut naja ist egal oh nein die nächste ziehen wir dir vom lohn ab die du eh nicht bekommst siehst du da muss ich nicht muss man nur draufzahlen ja so so wir haben uns aber immer noch nicht auf den namen von der stadt gehalten die hausaufgabe führst zum nächsten mal genau kann das machen vielleicht fallen auch unsere zuschauer vielleicht irgendeinen namen ein und ein thomas du bist habe ich ja gesagt du bist ausgeschlossen von dieser von dieser namensgebung ich brauche jetzt du hast aber ich kann nicht erwähnt als ich die letzte schule sie das letzte so gemacht habe wo wie was vorbeigert habe aber vergessen zu sagen wer das ist ich stehe für ein leben dankeschön wenn ich das gleich nochmal nachträglich machen was so ich brauche noch ein bisschen birkenholz ich habe nämlich festgestellt dass ich in der mitte vielleicht auch diese dinger machen sollte so ich habe mal wieder ein paar bäume gefällt so dann bin ich nochmal fix zum gästehaus dann empfehle ich thomas nochmal nachträglich weil ich das auch gar nicht vergessen habe ja also hier in diesem raum in diesem gästezimmerraum hier gästezimmerraum wo thomas und die diana dran steht also der thomas das ist der thomas ehrpunkt ich weiß nicht ob ihr den schon kennt ähm ja ich denke mariko wird auch bestimmt irgendwie link zu sein ich werde ihn irgendwo haben irgendwo bestimmt bestimmt ja gucken vielleicht mache ich auch irgendwo einen hin also ganz fett unter dem must haves ja genau einfach am besten einfach da gucken müsste es sogar bei mir sein ja und ich habe auch so eine gruppe gemacht äh für die ganzen gruppen also aus unserer gruppe habe ich mir hingeschrieben die liebsten und das ö-team oder so das ö-team das ö-team das ö-team ach ne das war die falsche melodie das war spiel indiana jones aber die hören sich auch so verdammt ähnlich ja ne magnum kann man auch noch einspielen das klingt auch fast gleich kann ich nicht mitreden hast du magnum nie gesehen? ne ne hab ich nicht ich eigentlich auch nicht ja ich hab ich hab manchmal danach umgeschalten oh magnum geht oh verdammt komm guck die Stiffi mir zu könnte ich wieder nicht ordentlich arbeiten ich halte diesen Druck nicht stand oh man ey so steigen mal wieder die Leiter auf hättest du wohl gedacht war die Karriereleiter das Buch für den Start dann